Leiden auch Sie unter Muskelkater und Verspannungen nach intensivem Training? Oder quälen Sie im Alltag Schmerzen im Rücken, Armen, Nacken oder Füßen? Dann bleiben Sie jetzt dran und erleben Sie die sensationelle Tiefenentspannung mit der Tiefenmassage durch Candox Muscle Relief. Durch die klinisch belegte Wirkung der Hochfrequenz Tiefenmassage entspannen Sie mit Candox Muscle Relief jede Körperpartie. Gezielte Stoßimpulse erreichen selbst tiefsitzendes Gewebe und Muskelpartien. Die Durchblutung wird angeregt und die Lymphströmung verbessert. So werden Verspannungen gelöst, Faszien entspannt, Muskeln werden wieder beweglich, weich und geschmeidig. Die perfekte Tiefenmassage, das ist unfassbar. Die Stoßimpulse dringen so tief ein und entspannen alle Muskeln, dass man es sogar an der Stimme erkennt. Das ist so unglaublich, dass man es erst glaubt, wenn man es hört. Ah, oh, das ist gut. Früher habe ich immer die Zähne zusammengebissen. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Aber jetzt mit Candox Muscle Relief werden die Verspannungen einfach wegmassiert. Endlich kann ich etwas dagegen tun. Es massiert die Muskeln bis ganz tief ins Gewebe, sodass es wirklich, wirklich entspannt nach einem langen, harten Tag. Wenn Sie entspannen wollen, brauchen Sie genau das. Candox Muscle Relief hat sechs Intensitätsstufen und vier leicht austauschbare Massageköpfe. Mit dem Gabelkopf massieren Sie Nacken, Wirbelsäule und Achillessehne. Mit dem Kugelkopf große Muskeln und Muskelgruppen. Mit dem Punktaufsatz die Gelenke und mit dem Flachkopf alle anderen Körperpartien, besonders die Füße, bei Plantarfasziitis. Der integrierte, langlebige Lithium-Akku garantiert stundenlange Laufzeit mit nur einer Ladung. Damit können Sie die wohltuende Entspannung einer echten Hochfrequenz-Tiefenmassage ganz einfach bei Ihnen zu Hause genießen, wann immer Sie es brauchen.